In diesem Video lese ich die Nutzer-E-Mail von einem jungen Borderliner vor, der jetzt Vater geworden ist und deshalb sein Leben verändern möchte. Ja, hallo! Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von einem jungen Borderline-Betroffenen, der mir schreibt, hey du, sag mal, ich bin jetzt Vater geworden und möchte jetzt mein Leben wirklich endlich in den Griff bekommen für meinen Sohn, hast du eventuell noch den ein oder anderen Ratschlag für mich? Es ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, dass ich jetzt in einem YouTube-Video nicht einen ganzen Menschen einfach so umbauen kann und natürlich alles, was ich hier sage, sind immer nur Vorschläge, sind immer nur Anregungen und die Umsetzung liegt natürlich immer beim Betroffenen selbst. Das muss völlig klar sein. Eventuell habe ich aber noch den ein oder anderen Ratschlag, der den ganzen Kartenstapel noch einmal neu mischen könnte. Natürlich auch sehr interessant für alle Borderline-Betroffenen. Ich werde die E-Mail einfach zügig vorlesen und gleich etwas dazu sagen. Und zwar gilt der junge Mann nach eigener Aussage als gut therapierbar und hat sein Leben auch schon mehr oder weniger im Griff, ist jetzt aber durch diese ganze Vaterschaftsgeschichte und seine Beziehung und so weiter wieder ins Schleudern geraten. Er hat vor allen Dingen, das sagt er selber, auch eine Thematik, sich selber zu sabotieren, sich selber zu verletzen und auch eine Suchtthematik. Dazu werde ich auch ein ganz kleines bisschen etwas sagen. Und wir schauen mal, ob ich eventuell noch ein bisschen weiterhelfen kann. Und zwar schreibt er mir, das Hauptproblem. Ich hatte immer ein Problem, meinen Sinn in diesem Leben zu finden, wie oft typisch in der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nun, den Sinn deines Lebens hast du ja jetzt eventuell, und das hast du ja auch schon selber erkannt, gefunden. Nämlich, du hast einen Sohn bekommen. Und zu dieser Sinn-Thematik möchte ich mal ganz allgemein, ganz, ganz wichtig sagen, der Sinn, den du suchst, wenn du ein Borderline-Betroffener bist, das könnte zum Beispiel die Nächstenliebe sein, für andere Menschen etwas Gutes tun. Und das ist etwas, das dir auch in deiner eigenen Persönlichkeitsstruktur unendlich weiterhelfen wird. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass für andere etwas Gutes tun, sich in der Nächstenliebe zu üben, nicht das Gleiche ist, wie von einem anderen Menschen suchtartig abhängig zu sein, sich in Abhängigkeitsbeziehungen hineinzureiten. Das ist eine Sache, die muss man wirklich ganz wichtig verstehen. Denn wenn man von einem anderen abhängig wird, ist man ja eigentlich gar nicht im Geben, ist man ja eigentlich gar nicht in der Nächstenliebe, für den anderen etwas tun, sondern möchte ja eigentlich immer noch etwas für sich. Ich möchte, dass der andere mehr Aufmerksamkeit gibt. Ich möchte, dass der andere mehr Liebe gibt und so weiter und so fort. Ich möchte aber anregen, sich wirklich in der Nächstenliebe in der Art und Weise zu üben, dass man etwas gibt, ohne dafür zwangsweise selber etwas zurückzuwollen. Einfach, weil es geht. Und einfach, weil man auch weiß, wie schmerzhaft es ist, ein Leben in Leiden zu führen, dass man weiß, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die sich nicht sehnlicher wünschen, als dass sich ihnen mal wirklich einer zuwendet. Also tatsächlich ihnen. Und nicht sich selber zuwendet, in der Form, sich auf einen anderen zu beziehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen verstehen, dass das normale menschliche Miteinander im gesellschaftlichen Verbund eigentlich immer bedeutet, sich irgendwie auf andere im Sozialverbund zu beziehen. Wenn wir allerdings einen Klienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen haben, werden wir immer und immer wieder sehen, dass diese Person massiv bei sich selber ist. Das kann jeder Betroffene jetzt überprüfen. Sehr häufig ist der ganze Tag praktisch angefüllt mit irgendwelchen Sätzen oder Wünschen, die sich auf einen selber beziehen. Ich möchte Aufmerksamkeit. Ich kann dieses nicht. Mir geht es schlecht. Ich würde gerne jemanden kennenlernen. Warum gibt es für mich nicht Menschen in der Gesellschaft? Ich brauche dies. Und so weiter und so fort. Es sind also sehr häufig immer irgendwelche Sätze, immer irgendwelche Gedanken, auch wenn es die Gedanken sind, ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Diese Gedanken, diese Sätze, es geht immer um das eigene Selbst. Und das ist eine dysfunktionale Verschiebung, die einen in einem selber einsperrt. Und wenn wir jetzt diese Sinnkomponente besprechen, das ist der Sinn im Leben, da muss es natürlich völlig klar sein, das sind wir immer nur über uns kreisen. Ich brauche, ich möchte, ich wünsche, mir geht es nicht gut, bin ich liebenswert genug und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr schwer, so einen Sinn zu finden. Das ist völlig klar. Die allermeisten Leute werden einsehen, dass es nicht unbedingt der höchste metaphysische Sinn ist, sich selber emotional oder körperlich zu mästen. Darum geht es nicht. Wenn wir einen Sinn suchen, müssen wir aus uns selber heraus und uns auf andere beziehen. Und das ist das, was ich wirklich, wirklich empfehlen möchte, sich mehr auf andere zu beziehen. Deswegen sage ich generell für alle Borderline-Betroffenen, schaut auch mal in die uneigennützige Nächstenliebe. Tut anderen etwas Gutes, macht anderen Leuten eine Freude und nicht mit dem Ziel, selber etwas dadurch abzugreifen, zu erwirken, sondern macht den Leuten eine Freude und geht nach Hause. Und speziell bei dieser E-Mail haben wir ja nun einmal eh schon den Sinn jetzt gefunden, nämlich das Kind. Und wir sehen auch, dass das der Anstoß ist für den E-Mail-Verfasser, sein eigenes Leben jetzt in den Griff zu bekommen. Wir sehen also, wie der plötzliche Bezug auf einen anderen beziehungsweise auf das andere, das Kind in diesem Fall, massiv dabei hilft, die eigene Borderline-Thematik, um die man immer und immer wieder kreist, aufzulösen beziehungsweise zu überwinden. Jetzt ist die abschließende Frage natürlich, kann ich denn mein persönliches Glück finden, wenn ich mich jetzt auf andere beziehe? Gut, da sind wir natürlich jetzt wieder bei uns, es geht jetzt wieder bei uns, aber trotzdem kann ich die Frage schon mal beantworten. Ja, das kann man. Man denke an Großvater, man denke an Großmutter. Das sind häufig Leute, denen ist es scheißegal, was sie jetzt für Geld bekommen, was sie für Krankheiten haben. Die sind zufrieden und glücklich. Man kennt das. Das ist das typische Modell Großvater. Großmutter, wenn man denn das Glück hat, in einer funktionierenden Familie aufzuwachsen, die ihr ganzes Geld dem Enkel geben, die immer nur für den Enkel da sind und die sich daran erfreuen, dass es dem Enkel gut geht. Ich wünsche mir meinen Enkel zu sehen und so weiter und so fort. Und die sind völlig zufrieden und grienen sich einen, wenn sie einfach nur sehen, dass es dem Enkel gut geht. Die nehmen sich selber nicht so wichtig und finden darin die Erfüllung. Okay, gehen wir weiter in der E-Mail. Und zwar schreibt er weiter. Ich bin schon immer in der Lage gewesen, optimistisch in jeder Lage zu denken, egal wie schlecht es mir ging, zumindest bis zu meinem Zusammenbruch in der letzten Zeit. Ich denke, ich versuche, trotz aller schon erreichten Verbesserungen, das darf man auch ruhig mal wahrnehmen an dieser Stelle, dass hier Verbesserungen stattgefunden haben, da kann ich immer nur sagen, nehmt eine Vogelperspektive auch mal auf euer eigenes Leben ein und seht, okay, ich habe mich in der Vergangenheit gebessert. Also bin ich eigentlich in einer langfristigen Aufwärtsspirale. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass es mir da auch wieder besser geht, auch wenn ich jetzt gerade einen Downer habe. Also auch wieder diese akute Situation verlassen, sich selber transzendieren und sich aus der Vogelperspektive betrachten und auch mal verstehen, ich habe schon ganz viele Verbesserungen erreicht und deswegen scheint das mal naturell zu sein, immer weiter nach oben zu kommen auf der Treppe des Lebens. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass es mir später auch besser geht. Das so zu betrachten kann wirklich helfen, den Schmerz über die aktuellen, tja, negativen Erfahrungen oder die aktuelle Situation so ein bisschen zu überwinden. Trotz aller schon erreichten Verbesserungen immer noch mich zu sabotieren, schreibt er, da ich glaube, alles, wie es nun läuft, pessimistisch empfinde, wenn es zu gut läuft und ich mich dann beim Selbstbetrug in unterschiedlichen Zeiträumen ertappe. Das bedeutet, wir haben hier eine Thematik eines Borderline-Betroffenen, der sich immer und immer wieder selber sabotiert. Da schreibt er auch gleich noch mehr dazu. Hier gibt es auch eine Bindungsängstige-Komponente. Da sage ich dann gleich noch etwas dazu. Und zwar schreibt er weiter, nun bin ich Anfang 20, wie gesagt, und ich hatte die letzten Jahre immer mehr mir eingeredet, dass ich kaum noch Symptome bei mir sehe. Doch zuletzt nachdem, dass ich damit nicht klarkomme, was jetzt passiert ist mit meinem Sohn und so weiter, werden diese Symptome immer wieder stärker und ich sehe wieder große Schwierigkeiten. Gut, Vogelperspektive einnehmen, du destabilisierst jetzt, weil natürlich die Anforderungen aus der Umwelt des Lebens stärker zupacken auf dich. Das ist der Selektionsdruck, erhöht sich. Das bedeutet aber nicht, dass deine gesamten Fortschritte, die du gemacht hast in der Vergangenheit, dass die jetzt weg sind. Die sind immer noch da. Nur der Selektionsdruck erhöht sich. Deswegen mach dir keine Sorgen, dass du deine Fortschritte jetzt sofort wieder verlierst. Sieh einfach zu, dass du weiter oben bleibst und auch diesen neuen Selektionsdruck kompensierst. Und es ist natürlich auch ganz normal, dass die Anforderungen im Leben mal mehr, mal weniger werden. Ich bin mir aber sicher, du wirst auch diese Phase überwinden. Jetzt schreibt er, ich habe wieder ganz viele Schwierigkeiten. Zum Beispiel diskutieren bei Gesprächen, weil ich was für mich untypisch ist, versuche Recht zu haben, was ich immer wahrnehme, aber nicht unterlassen kann. Unsicheres und starkes Wechseln meiner Selbstwahrnehmung. Starkes Vermeiden von Situationen, die mit psychischen Themen auf tieferer Ebene zu tun haben. Aus Angst, wieder in einen Teufelskreis zu gelangen, wenn ich mich zu sehr rein fühle. Ich ecke seltener gesellschaftlich an, wenn dann aber mit größeren Auswirkungen. Okay, das passiert, muss man natürlich versuchen, mittelfristig, langfristig abzustellen. Aber erst mal sagst du, du eckst gesellschaftlich seltener an. Das ist doch auch erst mal gut, das kann man erst mal positiv auch wahrnehmen. Ich will endlich arbeiten und habe es auch schon, ohne dass es mir etwas ausgemacht hätte, wie sonst immer, weil ich es nun für meinen Sohn tue. Ja, hier sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, wie unendlich heilsam und hilfreich es sein kann, für andere etwas zu tun. Früher hat er gearbeitet, das hat ihn zerstört. Wer arbeitet schon gerne? Die Allerwenigsten. Jetzt tut er es aber für seinen Sohn, also für einen anderen, ist nicht mehr bei sich, ich, 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 sondern mein Sohn. Und jetzt macht es ihm mit der Arbeit nichts mehr aus. Ja, es ist sogar so, dass er es freiwillig tut, also eine gewisse, ja, Sisyphus-artige Befriedigung daraus zieht. Da sind wir wieder genau bei dem, was ich gesagt habe und ich denke, du solltest dann auch weiter arbeiten, geh arbeiten, verdien Geld, mach es für deinen Sohn und diese Arbeit wird dir natürlich auch eine gewisse Struktur für dein eigenes Leben und deine eigene Persönlichkeit geben, wo ich aber gleich noch mal ganz gezielt etwas zu sage, denn da habe ich eventuell noch einen Tipp, der dir und anderen Betroffenen wirklich weiterhelfen könnte. Weiter schreibt er, ich bin seit längerem innerlich tot, es reicht selten sogar nur für eine Träne. Okay, Menschen weinen sehr viel weniger, wenn sie erwachsen sind. Bei dieser inneren Lehre, bei diesem inneren Tod sein, ich habe ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Borderline und innerer Lehre, das ihr euch gerne anschauen könnt, schaut dazu einfach mal in meiner Playlist vorbei. Ansonsten natürlich in diesem Fall sollte man auch bedenken, dass hier eventuell sich eine Depression eingestellt hat, da eventuell mal mit dem Hausarzt oder mit einem Psychologen sprechen, Thema Depression, eventuell Medikamente in Betracht ziehen, die schaden bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen sehr häufig auch tatsächlich nicht, weil sie einen wirklich unterstützen und helfen können. Innerlich tot sein, das ist oft eine Thematik, die depressive Menschen haben. Es gibt viele Leute, die glauben, wenn ich depressiv bin, dann bin ich immer tot, traurig, dann fühle ich immer Trauer, immer Schmerz. Aber es ist tatsächlich so, dass die schwersten Depressionen die Depressionen sind, wo man gar nichts mehr fühlt. Ich sage jetzt nicht, dass hier mit Sicherheit eine Depression vorliegt. Das werden wir natürlich jetzt auch nicht beklären können. Aber ich kann nur die Anregung geben, eventuell mal in Erwägung zu ziehen, dass wir hier eine depressive Komponente haben, gegen die man medikamentös etwas machen kann. Weiter schreibt er, Ich habe Angst, meinen Versuch, alles hinzubekommen, zu vermasseln, weil dann alles andere mich zerstören würde, denke ich. Vogelperspektive einnehmen. Ich bin einfach müde und am Ende meines Lateins angekommen und mit der Kraft ebenso. Ich weiß, ich rede mir vieles schöner, als es ist, auch was meinen Können und Selbstbildnis anbelangt. Selbstentwertung ist nicht förderlich. Du bist Vater geworden. Das ist etwas, das sich sehr viele Menschen wünschen. Du gehst jetzt wieder arbeiten. Du bist Anfang 20. Du gehst als gut therapierbar. Du arbeitest an dir selber. Du hast eine hohe Selbsteinsicht. Du sagst, du äckst wenig an in normalen gesellschaftlichen Situationen und so weiter und so fort. Also mach dich jetzt nicht schlechter, als du bist. Ich glaube, dass du dich da jetzt zu sehr selber in die Pfanne haust. Ich will Hilfe und möchte mein Leben nicht mit dem Kräfteraubenden nicht von der Stelle kommen, verlieren. Ich frage mich oft, ob ich mich selber betrüge, wenn ich der Meinung bin, schon zu berücksichtigen, dass ich darauf Rücksicht nehme, bei meinen Aussagen über die Selbsteinschätzung. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, das hier zu lesen und ich freue mich auf Antwort oder Reaktion. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier noch zwei Komponenten haben, nämlich einmal eine bindungsängstliche Komponente. Da geht er selber drauf ein. Ich sabotiere mich. Das ist für Borderline-Klienten häufig selber, weil ich Angst habe, wenn es zu gut läuft, dass es dann wieder scheiße läuft, weil der andere irgendwie Schluss macht oder mich enttäuscht. Also mache ich von vornherein selber Schluss. Ja, das ist ein Problem, das ganz viele Borderline-Klienten haben. Und wir haben noch eine Suchtproblematik, das hat er mir noch geschrieben, noch angesprochen, bei der es um Konsum geht. Ich möchte zuerst etwas zu dem Konsum sagen und sage dann zu der Selbstsabotage etwas und gebe, ich habe es schon gesagt, nochmal einen Ratschlag, der wirklich helfen kann für Borderline-Betroffene. Suchtthematik, muss man ganz klar sagen. Ich kann jetzt nicht mit dem Finger schnuppen und du bist nicht mehr süchtig und hörst auf zu konsumieren. Das geht natürlich nicht. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Süchte, sagen wir mal Marihuana oder Alkohol, dass das die einzigen Krankheiten sind, die wir selber stoppen können. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt keine Krankheit sonst, wo wir es einfach nur mit Willenskraft schaffen können, dass das aufhört. Außer Süchte. Das ist ein riesiger Vorteil, weil es heißt, du kannst jetzt sofort aufhören. Nachteil dabei ist, du musst es auch selber tun. Niemand kann dir ein Medikament in dem Sinne geben, dass du jetzt nicht mehr in die Sucht gehst. Du kannst natürlich eine Suchttherapie anfangen. Das würde ich dir gegebenenfalls auch anempfehlen, wenn das gerade mit deinem aktuellen Leben zusammenpasst. Du kannst dich amuland begleiten lassen. Du kannst aber auch natürlich stationär eine Suchttherapie machen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, die meisten Suchtkranken, die eine verleugnende Komponente haben, was ihre eigene Sucht anbelangt, machen ambulante Therapien und machen sich da selber einen vor. Saufen oder konsumieren dann zwischen den Therapiesitzungen einfach weiter. Ich denke, das sollte bei dir nicht gegeben sein, weil du hast ja selber den Willen, das abzustellen. In jedem Fall würde ich dir dort eine zusätzliche Suchttherapie gegebenenfalls empfehlen, wenn das in dein Leben passt. Ich sehe da jetzt noch keinen Hinderungsgrund, zumindest ambulanter etwas zu machen. Du kannst auch in Betracht ziehen, tatsächlich stationär zu gehen. Das ist das, was natürlich einen sehr viel höheren Wirkungsgrad hat. Aber du musst mit deiner Suchtthematik tatsächlich selber fertig werden. Das Potenzial ist, von heute auf morgen aufzuhören. Das ist der Fakt. Ja, auch wenn es natürlich schwer ist. Aber nochmal, Sucht ist die einzige, die einzige Krankheit, die wir selber sofort stoppen können und die einzige Krankheit, die wir selber stoppen müssen, weil es nicht anders geht. Niemand kann dich davon abhalten, nicht morgen oder heute noch in den Schnapsladen zu laufen oder sonst etwas. Dazu möchte ich noch als Anregung geben, es geht nicht darum, nicht mehr konsumieren zu wollen, sondern es geht darum, nicht mehr berauscht zu sein. Das ist eine Sache, die sehr viele nicht verstehen. Viele assoziieren den Zustand des Berauschtseins positiv und sagen dann die ganze Zeit, okay, ich will nicht mehr konsumieren. Es ist natürlich sehr ineffektiv, sich selber etwas zu verbieten oder zu untersagen, was eigentlich positiv im Endresultat besetzt ist. Deswegen möchte ich dir anempfehlen, eventuell mal zu schauen, ob du nicht weniger versuchen solltest zu konsumieren, also nicht mehr das konsumieren nicht zu wollen, sondern nicht mehr berauscht sein zu wollen, nicht mehr stoned oder betrunken sein zu wollen. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, uns ins Reihen zu denken, in das Gefühl des Rausches. Gehen wir mal auf Alkohol ein oder andere Drogen kann man natürlich hier stellvertretend einsetzen. Man kann sich jetzt einfach schlicht und ergreifend sagen, okay, wie ist eigentlich dieser Zustand des Betrunkenseins? Ist das wirklich ein durchweg positiver Zustand und was fahre ich mir dadurch ein? Kater und so weiter und so fort. Und man kann jetzt anfangen, bewusst diesen Zustand, diesen Rauschzustand, die Alkoholisiertheit negativ zu besetzen, also negative Assoziationen damit zu verknüpfen, sich genau vorzustellen, okay, eigentlich finde ich das gar nicht so toll betrunken oder berauscht zu sein, weil ich dann nicht mehr Herr meiner Sinne bin, eventuell benehme ich mich dann daneben, eventuell entziehe ich mir dadurch meine eigene Würde, eventuell fühle ich mich dann matschig, schwummerig, am nächsten Tag geht es mir eh scheiße. Ja, also das mal mal versucht, gedanklich, nicht den Konsum, sondern den Rauschzustand negativ zu besetzen und dann wird es einem auch leichter fallen, gegebenenfalls eben nicht mehr zu konsumieren, weil man ja das Endresultat nicht mehr möchte. Das ist nochmal ein Tipp, ein Ratschlag, den ich dir hiermit auf den Weg geben kann, das eventuell mal so zu versuchen und auch hier denk an deinen Sohn. Zum Thema Bindungsangst, Selbstsabotage, brüchige Sozialbeziehungen und vor allen Dingen auch das ständige Kreisen um sich selber. Habe ich jetzt noch einen Ratschlag, den hört man eventuell nicht an jeder Ecke, der ist aber auch sehr, sehr mächtig, auch wenn er sich jetzt erstmal lächerlich simpel anhört. Erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir bei Borderline-Komponenten niemals in die emotionale Verschmelzung gehen sollten, da habe ich ja schon mehrere Videos zu gemacht, wir sollten also keine massiven Verschmelzungsbeziehungen führen, wir sollten keine dysfunktionalen Beziehungen führen, die nicht zu uns passen, wir sollten da also in jedem Fall immer erstmal auf eine soziale Diät gehen, was dysfunktionale, negative, ja toxische, wenn ich diesen Begriff benutzen darf, Kontakte, Beziehungen, Matchings, Dynamiken an, belangt. Trotzdem braucht der Mensch natürlich soziale Beziehungen, da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Ich kann an dieser Stelle wirklich mit Nachdruck empfehlen, und zwar aus drei Gründen, die ich auch gleich benenne, in einen Verein zu gehen, oder sich eine regelmäßige, ja, Spielegruppe, Hobbyclub, oder was auch immer zu suchen. Einmal die Woche zum Beispiel. Dieser Vorschlag von mir hat wirklich einige Vorteile, die ich jetzt auch erläutern möchte. Der erste Vorteil ist erstmal, du hast Menschen um dich, und zwar Menschen, die nicht rein kopflastige Beziehungen bedeuten, ja. Viele Borderliner sind überintellektualisiert in ihren Beziehungen tatsächlich, so emotional sie auch sind, aber es wird immer alles analysiert, der Kopf ist immer mit dabei. Wir sehen es tatsächlich, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir in irgendeiner, ja, ich sage mal, Hobbyvereinigung drin sind, ja, in einem, in einem Tennisclub, oder in einem Schachclub, oder in einem Spieleclub, oder in einem Kletterclub, in irgendeinem Interessenclub, in dem man mit anderen Menschen, die man regelmäßig über einen längeren Zeitraum sieht, etwas unternimmt, ja. Diese Unternehmungen haben aber den großen Vorteil, dass man diese nicht ich-zentriert kopflastig führt, sondern durchaus die Möglichkeit hat, Wochen, Monate, Jahre mit den gleichen Leuten Zeit zu verbringen, ohne, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, auch nur einen vernünftigen Satz zu wechseln, ja. Man ist raus aus der, aus dem Überintellektualisieren, aus dem Kopf-mäßigen Handeln von Beziehungen, man spricht auch nicht immer dieses tiefgründige Zeug, und wenn man tiefgründig spricht, hat man auch immer sehr schnell das Potenzial, sich misszuverstehen, zu überwerfen, und so weiter, und so fort. Wenn ich aber in einem Sportclub bin, in einem Schachclub bin, wo ich einmal die Woche hingehe, und immer dieselben Leute sehe, dann fällt das gegebenenfalls alles weg, ja. Es ist ein, 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 ein völlig intuitiver Umgang mit anderen Menschen, der locker ist und wirklich befreit von der Kopflastigkeit. Das ist ein ganz großer Vorteil. Wenn ihr Borderline-Klienten seid, die immer Beziehungen sehr kopflastig führen, trotz aller Emotionen, wo es immer um intellektuelle Gespräche geht, wo es immer um Meinungen geht, Politik, über Probleme reden, ist es eine sehr interessante Erfahrung, die einem auch neue Horizonte eröffnen kann, jetzt mal mit Leuten Zeit zu verbringen, ohne sinnvolle Sachen auszutauschen, sondern einfach nur rumhängen, ja. Das, das kann ganz viel bringen. Der zweite Vorteil dabei ist, dass man über einen längeren Zeitraum dieselben Menschen sieht und somit auch lernt, aha, es gibt stabile Sozialbeziehungen. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr niedrigschwellig, jetzt sagen wir mal, in einen, in einen Club zu gehen, in einen Schachclub zu gehen, und dort über Monate mit denselben Menschen zu spielen, aber es ist ein Lerneffekt, das passiert unterbewusst, wir sehen dann irgendwann nach zig Monaten, aber das ist ja heftig, es gibt ja doch diese, diese stabilen Sozialbeziehungen, ich habe da jetzt echt Menschen, das ist hier meine, meine Spielegruppe oder mein, was weiß ich, meine, 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 meine Sportgruppe, mein Sportverein, die sehe ich jetzt ja auch schon Monate oder Jahre lang, ne, also scheinbar gibt es doch stabile Beziehungen, wir machen wirklich das Erleben, wir erleben es, wir sind wahrhaftiger, leibhaftiger Zeuge, dass es Beziehungen gibt, die langfristig andauern und das ist ein massives Problem, das Klienten mit Borderline-Störungen haben, dass die Beziehungen immer abreißen, immer brüchig sind, immer durchwechseln, wir es irgendwann nicht mehr schaffen, länger als auch nur drei Wochen mit irgendeiner Person, äh, mit derselben Person am, am Stück rumzuhängen, hier machen wir eine Gegenerfahrung, eine Gegenerfahrung machen es sehr, sehr wertvoll, ich mache die Erfahrung, dass Menschen da sind, sie sind einfach nur da, über einen langen Zeitraum und da das auch sehr niedrigschwellig ist, sage ich mal, in einem Sportverein zu spielen, weil eben das Potenzial, äh, sich da jetzt mit einzelnen Personen in der überintensivierten Beziehung zu überwerfen, natürlich reduziert ist, weil es geht ja um die Sache, wir haben das Spiel, wir haben das, wir können uns an dem Spiel, äh, an der Sportart, was auch immer, ähm, am Interessengebiet langhangeln, das macht auch sehr viel aus und kann sehr viel für die eigene Seele tun, dass man wirklich sieht, Leben und Menschen ist ja doch irgendwo stabil, ja, und der dritte Faktor ist schlicht und ergreifend, wir sind weg aus dem ständigen Kreisen um sich selber, wir sind einfach mal bei anderen Menschen, wir sind in einer sozialen Situation, wir haben die Möglichkeit, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, wir liegen nicht nur im Bettchen, äh, mit einem sprichwörtlichen Vogelkäfig ganz eng in unserem eigenen Kopf, mir geht es schlecht, ich brauche, ich will, äh, und dann wird, wird das alles ganz klein, man hat nur noch so, nur so ein, so ein, ein kleines Denkfeld, Gesichtsfeld, ja, hat so einen Tunnelblick auf einmal nur noch und kreist um sich selber, das wird weggeblasen, wir sind mit anderen Leuten dann in der Interaktion, diese massiven drei Vorteile haben es, ähm, in, einmal die Woche in, 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 in zwanglose, feste Sportinteressen, Spielgruppen zu gehen, ich sag's nochmal, wir kreisen nicht mehr in dieser Zeit massiv um uns selber, zweitens, wir führen gegebenenfalls Beziehungen, die nicht so kopflastig und intellektuell sind, wie es sehr häufig bei Borderline-Klienten ist, die in sich gefangen sind, äh, gedanklich und drittens, wir erleben, dass es stabile Beziehungen gibt, die über einen langen Zeitraum relativ gleichmäßig immer da sind, das sind Sachen, die wirklich weiterhelfen können und das ist auch das, was ich dem E-Mail-Verfasser in diesem Video mitgeben möchte, dass er das vielleicht mal ausprobiert, ob ihm das was bringt, ansonsten natürlich das übliche Therapiemachen, da hat er mir auch schon etwas zu geschrieben, dass er eine Therapie angefangen hat, aber es da halt formale Probleme gab, da kann ich nur sagen, geh mal zu deinem Hausarzt, sprich das nochmal durch, mach in jedem Fall eine Therapie, hol dir auf jeden Fall zur Not einen ambulanten Therapeuten dazu, du giltst ja als gut therapierbar, das kann man auch durchaus angeben sagen, du musst halt irgendwie gucken, dass du da jetzt dir noch einen Therapeuten angelst, es gibt inzwischen, kann man sich ausstellen lassen, zumindest in meinem Bundesland, eine Akutvermittlung, da kann man vom Hausarzt sich ein Rezept ausstellen lassen, da ist so eine Nummer drauf und über diese Nummer kann man sich innerhalb von vier Wochen, zumindest ist es bei uns so, einem Psychotherapeuten zuweisen lassen, den man dann auch fest hat, ja, da kannst du dir natürlich nicht aussuchen, welchen du bekommst, das ist ein Risiko, aber auch das nochmal aufgezählt, diese Möglichkeit gibt es, ansonsten sie halt einfach zu, auch wenn das jetzt dumm gelaufen ist, noch eine Therapie anzufangen, ja, und ansonsten hoffe ich in diesem Video ein bisschen weiter geholfen zu haben, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Lebensweg, für deine Familie, bedenke immer auch, es gibt Hilfsangebote, wenn du Hilfe brauchst, und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gleich im Abspann, schaut auch mal in meiner Borderline Playlist rein, oder in meiner Playlist für Zuschauergeschichten, wo auch sehr viele Borderline Fragen, Zuschauergeschichten besprochen, beantwortet werden, und in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch alles Gute, haut rein, und ich denke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.